Servus, der Martin hier fürs Gitarrakustik. Heute geht es um den Folkklassiker The Boxer von Simon & Garfunkel. Die Nummer ist nicht leicht zu spielen, hat ein schwieriges Mary Travis Picking im Country Folk Style. Also ein wenig Übung ist angesagt, aber trotzdem viel Spaß mit The Boxer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und das war's auch schon. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Lasst uns gerne ein Abo da und liked unsere Videos. Bis demnächst. Ciao!